Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab August 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf unter Bilk. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 32 m² beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 585 Euro pro Monat. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Internet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017